Die liebe Lina vom Kanal Kiefernhof hat auch ein Quiz über sich gemacht. Ich verlinke es euch mal in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal hier. Heute habe ich etwas richtig cooles und zwar machen wir heute auf testedich.de ein Christina Birchstern Quiz, was mir Zuschauerinnen gemacht haben und mir privat geschickt haben. Also sie haben mir den Link dazu geschickt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt über mich und ja, das hat mich dann total gefreut und ich habe mir sofort gedacht, ich mache ein YouTube-Video davon. Und zwar ist das Christina Birchstern Quiz, das sind 10 Fragen, erstellt von Stitches, entwickelt am 06.06.2019 und wurde 144 Mal aufgerufen. Schon krass, okay. Das ist so viele von mir gewusst haben. Wie gut kennst du die YouTuberin Christina Birchstern? Teste es mit diesem Quiz. Okay, wann hat sie ihren Kanal erstellt? Ich habe ihn, das Quiz übrigens nicht gemacht. Nicht, noch gar nicht selbst gemacht. Ähm, ich werde es jetzt genau das erste Mal wie ihr machen. Ihr könnt ja mitraten und miträtseln. Wann hat sie ihren Kanal erstellt? 14.06.2018, 17.06.2015, 19.08.2017. Äh, sehr gute Frage. Frage 2018 auf keinen Fall, 2017 auch nicht. Ähm, ich glaube, das war 2015. Wären die Jahreszahlen da nicht, wäre ich zu dumm dafür. Ich hätte es nicht gewusst, aber gut, dass die Jahreszahlen da sind. Wahrscheinlich ist es auch falsch, ich weiß es nicht. Welche Videos macht sie momentan? Schleich, Hobbyhousing, Star Stable, Schleich, Hobbyhousing oder Schleich oder nur Hobbyhousing? Das ist natürlich Schleich, Hobbyhousing, Star Stable. Wie heißt ihre Hauptperson? Anita, Katja, Pia, Lisa, Lea. Das ist natürlich die liebe Anita. Ähm, wie heißt ihr Star Stable Club? Ekele, gekele, Gans Generation, Dark Protectors Nation. Sie spielt kein Star Stable, Bubble Professors. Das waren die Ekele, Gekele, Gans Generation. Und ich habe jetzt übrigens einen neuen gegründet, die West Sisters, die auch einen TikTok-Account haben. Ähm, ja, alle Infos dazu werdet ihr im weiteren Club-Video sehen. Wie heißen die Pferde ihrer Hauptperson? Niki, Inka, Alfie. Shakira, Manchester, Firsty, Diamond, Tirol. Amira, Prinzess, Walter. Ah, Walter haben wir auch. Aber es ist natürlich Shakira, Manchester, Firsty, Diamond und Tirol. Wie heißt ihr Hund? Jackie, Mimi, Tilda, Lori. Das ist der Jackie. Sogar richtig geschrieben. Wer ist Figaro? Eine Katze, ein Hund, ein Pony? Ein Pony natürlich. Der kleine Figaro. Auf welchem SSO-Sperber spielt sie? Ach, danke schön für die Frage. Ähm, natürlich Server ins Winterstar. Und was ich lustig finde, wie oft noch? Sie spielt kein SSO. Total lustig. Auf jeden Fall, ja, Server ins Winterstar. Wer ist Oreo? Ein Schleichpferd? Ihr erstes selbstgemachtes Hobby Horse oder ein Keks? Yay. Es ist natürlich mein Set. Erstes selbstgemachtes Hobby Horse. Der kleine Oreo. Und wie ist das richtig? Manchester, Man-Käster, Man-Käster oder Manchester? Ja. Danke, dass du auch diese Frage stellst, um darauf aufmerksam zu machen, denn total viele schreiben das immer falsch. Manchester ist das natürlich. Und jetzt kommen wir zu der Auswertung. Oh mein Gott, ich bin gespannt. Christina Birchson-Quiz, die Auswertung. Du bist ein richtiger Fan. Du hast 10 von 10 Aufgaben richtig beantwortet. Im Durchschnitt haben die 22 Surfer, die das Quiz gemacht haben, 6,5 richtige Antworten gegeben. Oh, cool. Yay. Ich war alles, es war alles richtig cool. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr das Quiz natürlich auch machen. Ich werde es euch mal unten in der Infobox verlinken. Also, wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Ihr habt jetzt natürlich auch einen Vorteil. Aber ich finde, das macht gar nichts aus. Und ja, abonniert gerne den Kanal. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. und teilt dieses Video, damit ganz viele andere dieses Quiz auch mal machen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!